Herzlich Willkommen bei DeWiDividende, dem YouTube-Kanal für alle Einkommensinvestoren und die, die es gern werden wollen. Mein Name ist Anton Knäupel und ihr seid hier richtig, wenn ihr euch mit Hilfe eures Vermögens ein zusätzliches Einkommen über die Weltbörsen aufbauen möchtet. Jeder Investor, jeder Anleger will ja die besten Titel im eigenen Depot haben, das ist ja klar. Und Einkommensinvestoren, die wollen natürlich die besten Hochdividendenwerte. Bei der Beantwortung der Frage, was sind die individuell best geeignetsten Hochdividendenwerte, da gibt es relevantere Fragen und weniger relevante Fragen, die man beantworten muss. Was ist eine weniger relevante Frage? Das ist zum Beispiel sowas wie, soll ich mir jetzt Gladstone Investment, Golub Capital BDC oder Ares Capital kaufen? Das ist eine nicht sehr relevante Frage, wenn man die besten Hochdividendenwerte im Depot haben möchte, weil alle drei BDCs, alle drei Closed End Funds für sich gesehen sind sehr gute Titel. Und wenn man sie sich zu der passenden Bewertung ins Depot legt, dann kann man mit allen höchstwahrscheinlich gute Ergebnisse erzielen. Also jeder dieser Titel kann für einen Investor einer der besten Hochdividendenwerte sein. Also beste ist sowieso relativ, aber jeder dieser Titel kann einer der gut geeigneten Titel für einen Investor sein. Und ja, also das sind einfach gute Titel, da gibt es jetzt nicht einfach so den besten, wo man es einfach so sagen kann. Was ist eine sehr relevante Frage, wenn es darum geht, was sind die für mich am besten geeignetsten Titel? Da ist eine sehr relevante Frage, was sind denn die Titel, die ich mir auf keinen Fall ins Depot legen sollte? Also welche Titel gilt es unbedingt zu vermeiden? Weil wenn ich das weiß, welche Titel ich mir auf keinen Fall ins Depot legen darf, dann weiß ich auf der anderen Seite gut, welche Titel sind dann potenziell geeignet. Und dann hat man eben, sag ich mal, wenn man Problemtitel aussortiert, dann hat man eben nur noch die ordentlichen Titel, wie beispielsweise Ares Capital, Gladstone Investment oder Golub Capital BDC jetzt nur mal als Beispiel, die hat man dann und welche der drei man jetzt dann nimmt, ist dann fast irrelevant. Natürlich kann die eine in der Zukunft besser abschneiden als die andere, das weiß man aber nie im Vorhinein. Deswegen ist es so wichtig, wenn man die besten Hochdividendenwerte im Depot haben möchte, Problemwerte auszusortieren, damit man sich dann aus einem Pool von potenziell guten Titeln, welche ins eigene Depot legen kann. Und für diese Problemstellung der Rausfilterung schlechter Werte, also objektiv feststellbar schlechter Einkommenswerte, für diese Problemstellung habe ich mir was überlegt. Und zwar ist das die schwarze Liste der Einkommenswerte. Ich hatte das schon an der einen oder anderen Stelle mal erwähnt, dass ich da was entwickelt habe. Es gab aber immer wieder Fragen dazu, wie man die einzuschätzen hat. Was ist der genaue Nutzen? Wie kommen da die Sachen zustande, die auf der Liste stehen? Und deshalb möchte ich das Ganze heute nochmal etwas veranschaulichen an verschiedenen Beispielen. Ich lege direkt los und dafür starte ich mal die Bildschirmaufnahme. Ja, ich befinde mich jetzt hier auf CEF Connect. Die Bildschirmaufnahme läuft und ich mache jetzt mal was, was wahrscheinlich viele einkommensorientierte Anleger ab und an mal machen. Sie suchen nach neuen, interessanten Closed End Funds. CEF Connect ist eine Seite für US-CEFs in dem Fall. Ich möchte mir einfach mal alle Titel anzeigen lassen und dann filter ich diese Liste hier mal nach der Ausschüttungsquote. Ich will mal die höchste sehen. Und jetzt habe ich hier ganz viele Fonds, die relativ viel ausschütten hier. Das sind 10%er, hier sind es 9%er und ich schnappe mir jetzt einfach mal hier einen raus. Und das ist der First Trust Aberdeen Emerging Opportunities Fund. Ja, an sich ein interessanter Closed End Fund mit Schwerpunkt auf den Schwellenländern. Ausschüttungsquote sehr, äh, Ausschüttungsrendite sehr hoch mit über 9%, quartalsweise Ausschüttungen. Die Ausschüttungen waren auch historisch gesehen sehr stabil, also von der Sicht her schon mal interessant. Auf 5-Jahres-Sicht ist auch der NAV halbwegs stabil. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, kann ich mir so einen Titel in die engere Auswahl nehmen? Ist das ein prinzipiell interessanter Einkommenswert? Und, ähm, weil das eben nicht so leicht zu beantworten geht, beziehungsweise auch gar nicht so schnell zu beantworten geht, habe ich mir eben überlegt, gehe ich doch einfach mal, ja, so über den Daumen gepeilt waren es meine ich 1500 Titel durch, schaue sie mir an, ähm, untersuche die auf strukturelle Probleme. Und, ähm, die Titel, die eben strukturelle Probleme hatten, die ausschüttungsstarken Titel, die habe ich dann eben auf einer schwarzen Liste zusammengefasst, sodass man, wenn man so einen Wert hier gefunden hat, einfach nur mal zur schwarzen Liste wechseln muss. Dann kann man das Kürzel eingeben oder den Namen. Ich trage jetzt hier einfach mal Feo ein, um zu sehen, ob hier möglicherweise schon was bekannt ist. Und ja, hier gab es einen Treffer. Hier auf der schwarzen Liste sehen wir hier vorne den Namen, dann das Domizil, die Börse, das Kürzel und hier hinten ein Hinweis, warum der Titel auf der schwarzen Liste steht. Und das ist in dem Fall der Grund, dass hier, ja, aus der Substanz gezahlt wird. Wieso, äh, wieso steht der Titel auf der schwarzen Liste? Das ist ganz klar. Ich habe den Titel durch verschiedene, ja, Untersuchungen, äh, durchgeleitet. Also, hab verschiedene Prüffaktoren. Und in dem Fall hat sich gezeigt, dass auf lange Sicht der Titel deutlich zu viel ausgezahlt hat. Und, ähm, wieso steht jetzt hier Verdacht auf Substanzzahlungen? Da steht Verdacht, weil ich ja nie genau weiß, wie die Ausschüttungen in der Zukunft gedeckt werden. Also ich kann nicht sagen, ob ein Titel vielleicht doch wieder nachhaltig zahlen wird. Da es aber extrem wahrscheinlich ist, dass ein Titel, der in der Vergangenheit zu viel ausgeschüttet hat, auch zukünftig wieder zu viel ausschütten wird. Da das so wahrscheinlich ist, habe ich den Titel hier drauf geschrieben und, ähm, hier dass, äh, Substanzzahler tendenziell Substanzzahler bleiben und nachhaltige Ausschütter tendenziell nachhaltig ausschütten, auch in der Zukunft. Das ist eben zu beobachten. Ja, auf dieser schwarzen Liste finden sich aber auch, äh, ganz viele andere Titel. Beispielsweise befindet sich seit einigen Monaten hier drauf auch Gladstone Capital. Ja, auch diese Business Development Company, beziehungsweise dieser Closed End Fund, hat im Gegensatz zu seinem, ja, als Schwesterfonds, Gladstone Investment, deutlich zu viel in den letzten Jahren ausgeschüttet. Das sehen wir im Kurs bei Gladstone noch nicht, aber bei der NAV-Entwicklung kann man das ganz klar sehen. Gladstone Capital zahlt zu viel aus. Kann man hier ganz schnell suchen, anhand von Kürzel oder auch anhand von dem Namen. Also, das kann man über beide Wege finden. Welche Titel stehen hier beispielsweise auch noch drauf? Also, hier steht auch beispielsweise der Kanoite Income Fund drauf. Das ist auch ein sehr bekannter und sehr beliebter kanadischer Closed End Fund, aber auch dieser Fonds zahlt deutlich zu viel aus. Bei dem ist es tatsächlich aber sehr offensichtlich, dass der zu viel ausschüttet. Wir können das uns nochmal kurz im Chart ansehen. Also, da ist es allein vom Chartbild offensichtlich, dass hier, ähm, ja, deutlich zu viel gezahlt wird. Der Kanoite hat aktuell eine Ausschüttungsrendite von 9,76 Prozent. Kann man sich vorstellen, davon sind vielleicht 3 oder 4 Prozent einfach eigenes Geld, was man als Investor zurückerhält. Und, ja, ähm, solche Titel gilt es unbedingt zu meiden, wenn man nachhaltig als Einkommensinvestor unterwegs sein möchte. Ich meine, Auflagepreis hier bei 21,66 Kanadadollar. Aktuell befindet man sich bei 12,33, äh, bei 12,30 meine ich natürlich. Die schwarze Liste der Einkommenswerte, die deckt aber nicht nur Substanzzahler ab, sondern eben auch andere Probleme, wie beispielsweise nicht anrechenbare Quellensteuern auf Fondsebene. Und ein sehr beliebter Closed End Fund, ein sehr beliebter Einkommenswert, den das betrifft, diese Quellensteuerproblematik, das ist der Henderson Far East Income Fund. Ich trage den jetzt hier mal ein, da das Kürzel HFEL und hier findet man den Fond schon Henderson Far East Income Fund und hier der Hinweis mit der nicht anrechenbaren Quellensteuer. Also wenn man den irgendwo gefunden hätte, hätte man einfach hier mal das Kürzel eintragen können oder den Namen, dann wüsste man, dass es hier ein fundamentales Problem bei diesem Fond gibt. Und um das mal ein bisschen zu erklären, bin ich jetzt hier nochmal auf die Seite von Henderson gegangen. Ähm, was ist hier konkret das Problem? Also bei Substanzzahlungen ist es ja ziemlich offensichtlich, da wird einfach deutlich mehr ausgeschüttet, als verdient wurde. Dass das ein offensichtliches Problem ist, ist klar. Beim Henderson Far East Income Fund ist es etwas komplexer. Hier hat man den Fall, dass sich das Fondomizil und die Hauptsitze der Unternehmen nicht gut ergänzen. Heißt, dass das Fondomizil so gewählt wurde, dass zwischen Unternehmen und Fonds hohe Quellensteuern anfallen. Und diese können auch nicht angerechnet werden. Also die können nicht zurückgeholt werden. Heißt insgesamt steigt die Gesamtsteuerlast deutlich. Und um das auch nochmal mit Zahlen zu füllen, habe ich mir vorhin auch nochmal die Bilanz angesehen. Und aus der ergibt sich für das vergangene Jahr eine Quellensteuerbelastung von rund 10 Prozent. Und hochgerechnet heißt das, dass dieser Fond eigentlich ohne diese Quellensteuerbelastung hier 8,9 Prozent ausschütten müsste. Mal gerundet. Und ja, nach Quellensteuerbelastung sind es nur 7,96. Also hier fehlt fast ein Prozent an Ausschüttungsrendite bei diesem Titel. Und das allein durch diese Quellensteuerproblematik. Kann man jetzt natürlich auch sagen, ja, was interessiert mich dieses eine Prozent? Das könnte ich vielleicht auch noch in Jahren verstehen, wo sich so ein Fond extrem gut entwickelt, auch von der Kursentwicklung. Aber die Kursentwicklung war auch in den letzten zwei, drei Jahren gar nicht gut. Und die Dividendenrendite ist eben immer Risikoprämie. Und hier fehlt ein Prozent an Risikoprämie. Das muss man einfach so sagen. Zusätzlich gab es in den letzten Jahren Kursverluste. Und aus Sicht von Chance und Risiko würde ich auf keinen Fall auf dieses Prozent Rendite verzichten wollen. Das ist einfach, ja, dann wird das Rendite-Chance-Risiko-Verhältnis einfach schlecht. Und hier fehlt quasi ein Prozent. Das hätte man jetzt hier herausfinden können. Gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Titel. Insgesamt befinden sich über, ja, gibt es hier über 25 Seiten zu jeweils zehn Stück. Also über 200 Werte befinden sich auf dieser Liste. Und da kann man die problematischen Titel relativ gut rausfiltern. Ja, diese schwarze Liste der Einkommenswerte zum Identifizieren von Problemtiteln, damit man dann nur die besten Hochdividendenwerte im eigenen Depot hat. Diese Liste ist Bestandteil meines Mitgliederbereichs. Und das muss auch so sein, weil ich behalte hier laufend über 1000 Titel im Auge. Da wird laufend Aufwand reingesteckt. Und so kann ich das leider nicht einfach so im Internet veröffentlichen. Das Schöne ist, der Mitgliederbereich, der kostet nur einen vergleichsweise schmalen monatlichen Beitrag. Und der ist relativ leicht zurückverdient. Mal als Beispiel, wenn man sich hier diese 1% Zusatzsteuer beim Henderson Fist Income sparen würde bei einem 50.000 Euro Depot, entspräche das bereits 500 Euro, was man mehr als Anleger hat. Entweder was man dann mehr an Ausschüttungen erzielt hat oder mehr an Depotwert. Weil es gibt ja Hochdividendenwerte, die den asiatischen Markt abdecken, bloß ohne diese doppelte Quellensteuer. Das ist ja das Schöne. Heißt bereits durch so einen kleinen Kniff, indem man solche Probleme vermeidet, lässt sich dieser Mitgliedsbeitrag leicht refinanzieren. Und das ist ja auch der Sinn des Ganzen, dass es sich für alle am Ende lohnt. Ich recherchiere hier laufend, kann Einkommensinvestoren beim Erreichen ihrer Ziele unterstützen und alle haben am Ende gewonnen. Anders geht es leider nicht. Ich kann nicht wochenlang recherchieren, jeden Tag recherchieren und das Ganze dann kostenlos ins Internet stellen. Wäre schön, wenn es gehen würde. Aber deshalb läuft das Ganze über den Mitgliederbereich. Ansonsten, ich hoffe, ich konnte euch damit wieder unterstützen. Ich hoffe, es war wieder was Neues dabei, dass auch beispielsweise sowas wie Gladstone Capital ein Substanzzahler ist. Schreibt mir gern mal in die Kommentare, ob ihr das wusstet. Und ansonsten hören wir uns dann wieder beim nächsten Mal. Ciao, macht's gut!